Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video stelle ich euch fünf Bücher aus fünf unterschiedlichen Genres vor. Vielleicht ist ja was für euch dabei. So, fangen wir an. Das erste Buch, was ich euch ans Herz legen möchte, ist ein Buch, was ich aktuell lese, was auch ein klassisches Januar-Buch ist. Und zwar heißt das Atomic Habits von James Clear. Ich lese es jetzt in der englischen Ausgabe, es gibt es auch in der deutschen Ausgabe und dann heißt es die Ein-Prozent-Methode. Es ist eigentlich so ein klassisches Jahresanfangsbuch, wenn alle sich gute Vorsätze machen. Und hier geht es ja um die Atomic Habits, also kleinstmögliche Veränderungen, die dann aber einen tatsächlich großen Erfolg hervorbringen sollen oder können. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt so im ersten Drittel des Buches und es gefällt mir sehr, sehr gut, weil James Clear hier ganz wunderbar die ganzen Mechanismen, die in uns, in unserem Gehirn, in unseren gebildeten Gewohnheiten extrahiert, erklärt und damit eben aufzeigt, warum manche Sachen einfach nicht funktionieren wollen. Also wenn wir uns zwar gute Vorsätze machen, uns Ziele setzen, aber warum wir die Ziele nicht erreichen. Also da waren jetzt schon am Anfang direkt einige wirklich gute Erläuterungen drin, die mir persönlich jetzt geholfen haben zu verstehen, warum manche Sachen einfach bisher noch nicht geklappt haben oder vielleicht auch wirklich nie klappen werden, weil er zum Beispiel auch darauf abstellt, dass die Änderung einer Gewohnheit im Prinzip in drei unterschiedlichen Schritten zu vollziehen ist. Und ein Schritt ist zum Beispiel auch herauszufinden, was ist denn jetzt überhaupt mein wirklich innerster Antrieb oder meine innere Überzeugung. Also welche Überzeugung habe ich über die Jahre oder schon als Kind angenommen, die gar nicht mit dem, was ich jetzt erreichen will, korrespondieren. Also es ist sehr gut lesbar. Es klingt jetzt vielleicht sehr theoretisch, ist es aber gar nicht. Es ist wirklich eye-opening und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und inwiefern man tatsächlich nach seiner Anweisung hin seine Gewohnheiten etablieren kann, um dann tatsächlich, und da geht es vor allem darum, langfristig Veränderungen zu haben. Also wie halte ich auch eine Motivation hoch, um eine langfristige Änderung, wo ich also keinen kurzfristigen oder mittelfristigen Erfolg habe oder sehen kann zunächst, wie kann ich diese Veränderungen etablieren. Also das ist im Bereich Sachbuch meine Empfehlung heute, Atomic Habits oder die 1%-Methode. Ich werde euch alle Bücher auch in der Beschreibung verlinken, dann könnt ihr da nochmal nachgucken. Das zweite Genre, was ich euch vorstellen möchte, ist das Krimi-Genre. Ich lese ganz gerne Krimis, allerdings keine Thriller, was ja ein bisschen härter ist. Aber in den Krimis stelle ich euch jetzt tatsächlich eine Neuerscheinung vor. Das Buch ist in der letzten Woche erschienen und es ist von Matthias Dehn, der Taucher. Es ist im Mare Verlag erschienen. Es gibt hierzu schon einen ersten Band, das ist der Holländer. Und zwar geht es hier in diesem Krimi um den Kommissar und Ermittler Lieve Cupido. Der ist in Holland geboren und ist aber auch zum Teil in Deutschland aufgewachsen und hat in Deutschland studiert, also ist holländisch-deutsch als Kommissar angelegt. Und dieses Buch der Taucher spielt jetzt vor der Insel Amrum, Wilhelmshaven bis hoch nach Dänemark. Es geht darum, dass ein Taucher an einem Fracktod gefunden wird und das ermittelt werden muss, warum er jetzt nicht einer natürlichen Todesursache verstorben ist, sondern tatsächlich alles darauf hindeutet, dass er ermordet wurde. Was ich sehr gerne bei Matthias Dehn als Autor mag, ist, dass er sehr reduziert einerseits schreibt, aber gleichzeitig atmosphärisch dicht. Also man kriegt ein sehr gutes Gefühl für diese Menschen in dieser Gegend, für die Beziehungen untereinander, auch für die Abgehängten der Gesellschaft. Er als Ermittler ist auch zwiespältig angelegt, aber nicht im klassischen Sinne als Alkoholiker-Kommissar, sondern eben auch ein Mensch, der mit seinem Schicksal hadert und gleichzeitig auf der Suche ist. Das gefällt mir sehr gut. Also der Taucher ist der zweite Band, der Holländer ist der erste Band, aber beide Fälle sind unabhängig voneinander. Das bedeutet, man kann jedes Buch einzeln für sich lesen, ohne irgendein Vorwissen zu haben und spannend bis zum Schluss und eben auch literarisch sehr, sehr gut geschrieben. Also das Buch, was ich euch jetzt vorstelle, kommt in dem Genre Lebensführung. Es ist von Katja Panzer-Sisu. Ich hatte das auch schon mal in dem Weihnachtsvideo vorgestellt. Das Sisu-Buch ist wirklich toll. Katja Panzer ist eine Autorin, die ursprünglich aus Kanada kommt, mittlerweile in Finnland lebt und Sisu ist im Grunde genommen das finnische Konzept der Resilienz. Und in diesem Buch geht es halt darum, wie die Finnen leben, was sie auch durch ihre Lebensweise in Finnland davon mitgenommen hat. Also es geht hier um die nordische Ernährung, es geht darum, um das Fahrradfahren, es geht um die, ja, Kaltwasser, natürlich Saunakultur. Es ist aber sehr unterhaltsam geschrieben, auch sehr, sehr schön illustriert zum Teil mit Fotos drin und ist wirklich eine tolle Anregung, wo man sich für sich selber auch einiges rausnehmen kann und auch mal gucken kann, wie die Finnen doch einiges ziemlich gut umsetzen. Eins meiner Highlights, es ist tatsächlich schon aus 2018. Es gibt auch einen neueren Band jetzt noch von Katja Panzer, aber das ist ein sehr schönes Standardwerk. Im Bereich literarischer Roman kommen wir zu einem Buch von einem meiner Lieblingsautoren von Ewald Ahrens, Der große Sommer. Das ist ein Buch aus dem letzten Jahr. Es ist eine Art Coming-of-Age-Roman. Es geht hier um Frieda, die Hauptperson und drei seiner Freunde, die einen Sommer erleben, der für sie den Eintritt ins Erwachsenenalter markiert. Es ist wunderbar geschrieben, atmosphärisch sehr dicht, ganz, ganz tolle Charaktere und ja, ich würde es euch sehr ans Herz legen. Also ich kann sowieso von Ewald Ahrens alle Romane empfehlen, auch das aktuelle. Habe ich auf dem Blog auch besprochen, Liebe an wiesen Tagen. Auch ein ganz, ganz wunderbarer Herzensroman. Dieses Buch bringt tatsächlich eine Sommererinnerung, auch ein Sommer von früher, eine Erinnerung an, wie es war, wo man noch jung war und unbedacht war und wie es dann kippen kann in diese Erwachsenenwelt. Ein wirklich sehr lesenswertes Buch. So und das letzte Buch, was ich euch vorstelle, ist natürlich noch mal was fürs Herz, also ein klassischer Liebesroman. Und da habe ich rausgewählt, das Glück riecht nach Sommer von Maike Werkmeister. Und Maike Werkmeister ist auch eine ganz wunderbare Autorin, die ganz viele Bücher in dieser Art schreibt. Und was ich sehr mag, ist, dass Nebenfiguren aus den Romanen in dem nächsten Roman dann weiterentwickelt werden. Die Romane sind aber alle für sich einzeln als Geschichte wunderbar lesbar. Und man bleibt immer mit einem ganz warmen Gefühl im Herzen zurück, wenn man ihre Bücher liest. Sie spielen meistens an der Küste, Norderney oder Hamburg. Die Hauptfiguren haben immer eine wunderbare Entwicklung in den Romanen. Also Maike Werkmeister als Autorin, wenn ihr was fürs Herz lesen wollt, kann ich euch wirklich ans Herz legen. So, das waren jetzt meine fünf Bücher aus fünf unterschiedlichen Genres. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das mögt, könnt ihr mir ja gerne mal einen Kommentar da lassen. Dann würde ich das vielleicht in so dreimonatlichen Abständen oder vielleicht auch einmal im Monat, ich weiß aber nicht, ob das vielleicht so viel wird. Ja, würde ich das tatsächlich so als kleine Rubrik hier einbauen. Euch immer mal fünf Bücher aus fünf unterschiedlichen Genres vorzustellen. Ein paar Genres wird es bei mir nicht geben, weil ich die einfach nicht lese. Das ist Filler, das ist Horror und das ist jetzt irgendwie Erotik. Das sind jetzt nicht meine Genre, die ich lese, aber aus allen anderen Bereichen sehr gerne. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin! Bis dahin!